Heute reagieren YouTuber auf meine Haare. Noll CTF. Nein, nein, du hast echt deine Haare gefärbt, oder? Ich hab meine Haare gefärbt. Oha, er sieht voll geil aus. Aufgepasst, der Boxer-Drink und der Boxer-Schoko-Riegel. Erhältlich ab dem 30.09. auf www.scheißboxer.schau Hallo. Heute reagieren YouTuber auf meine Haare. Ihr habt es ja mitbekommen, Leute, ich musste meine Haare färben. Grüße gehen nochmal raus an der Stelle an Marvin Vlog. Schaut nicht bei ihm vorbei. Bitte macht es nicht. Ja, ihr seht, die Haare sind grau. Das ist halt echt einfach nur heftig. Ich kann es selber noch nicht so ganz glauben. Wir haben das natürlich verheimlicht von den Jungs und Mädels. Dementsprechend weiß das bis jetzt niemand außer Mo hinter der Kamera. Marvin und der Fabi, der auch hinter der Kamera steht. Und wir werden jetzt die Leute überraschen. Wir werden Lukas anrufen, wir werden Landi anrufen, wir werden Tobi anrufen. Kevin treffen wir gleich noch. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr seine Live-Reaktion sehen wollt. Ich bin super gespannt, wie die Leute reagieren und ob es ihnen gefällt. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, ob ihr sagt, ja, geil oder nee, nicht so geil. Ja, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir starten auch schon rein mit dem Video. Ich würde sagen, wir rufen den Lukas an. Wir machen erst mal so, dass der natürlich nicht sieht, was abgeht. Oh, hallo? Moin. Moin. Ja. Ja, du, hi, Lukas. Erstmal willst du irgendwen grüßen oder so? Äh, ja, die Dernisa-Community vielleicht. Okay, gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, du siehst gerade nur meine Decke. Ich zeige dir gleich was, wo ich mal sehr gespannt bin auf deine Reaktion. Ich habe es Kevin auch schon gezeigt und ein paar anderen Leuten. Jetzt bist du dran, Lukas. Bist du bereit? Weiß ich noch nicht. Sorry, ich hoffe, man sieht... Warte, pass auf. Wir müssen das erstmal noch hier anpassen. Pam. Pam. Okay. Drei. Also, wenn du es jetzt nicht siehst, mega fail. Ich gebe dir einen Tipp. Schau auf meinen Kopf. Drei, zwei, eins und... Noll. BTS. Hä, hast du die Haare grau gefärbt oder was? Ja, Mann. Oh, ey, Gott, Digga. Die sind komplett... Machen wir so 360 Grad. Kamera-View. Ah, okay, okay. Ah, lois. Einfach Opa geworden. Einfach Opa geworden. Ja, was sagst du? Wie findest du es? Ja, also... Interessant, sag ich mal so. Interessant ist das also. Okay. Ja, also... Ich frage jeden nämlich noch nach einer Punkteskala. Eins bis zehn. Wie viele Punkte würdest du geben? Boah, ich sag mal... Also, es wird nicht irgendwie ganz schlimm oder so. Es ist eh ganz nice. Ich würde mal so sieben von zehn geben. Sieben von zehn. Okay, würdest du sagen, es sieht besser aus als Kevins Glatze? Ja, das auf jeden Fall. Direkt, Alter. Sieben von zehn ist stark. Stabil. Ja, danke, Lukas, für die Reaktion. Und was sollen die Leute noch machen? Daumen nach oben oder sowas oder nicht? Ja, und den Kanal kostenlos abonnieren. Korrekt, schaut auf jeden Fall auch bei Lukas vorbei. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch schon direkt den nächsten Kandidaten. Danke, Lukas. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, wir haben hier den Adi am Start. Moin. Moin. Servus. Was geht's denn los? Moin. Ja, ich wollte dir was zeigen, deswegen habe ich dich hier um die Ecke geholt. Was ist denn um die Ecke? Was willst du denn zeigen? Okay. Leute, seid ihr bereit für die erste Reaktion? Ich bin super gespannt und zwar... Wo soll ich hinschauen? Hier, ich habe so eine Cap auf. Ich trage nochmal. Caps waren nicht so komisch, weil du siehst gar nichts. Du hast immer Caps. Drei, ja, ich schon. Zwei, eins und... Uiui. Hast du aber geil gemacht, mein Junge. Ja? Ganz toll hast du das gemacht, weil du bist so ein geiles Blödsinn. Ich bin jetzt einfach gefärbt. Ich habe jetzt für immer solche Haare. Für immer? Also bis du es halt dann rausgewachsen hast. Ich bin auf jeden Fall besser als davor, ja? Ach, ich grüße. Davor saßt du aus wie mein Nachbar. Okay. Herr Meier. Gut, grüße an Herr Meier. Grüße an Herr Meier. Ja. Leute, ich bin mal gespannt, wie die anderen reagieren. Deine Reaktion war super langweilig, deswegen wird die wahrscheinlich auch gar nicht reingeschnitten. Wir sehen uns. Ciao. Die ist da. Also, wir haben hier den Kevin am Start. Hallo. Hallo. Oh, das war ein Voicecrack am Start. Unangenehm. Ja, du siehst, ich habe eine Kapuze auf. Oh nein! Siehst du schon? Du hast echt deine Haare gefärbt, oder? Ich habe meine Haare gefärbt. Oha! Hä, sieht voll geil aus. Hä? Ich finde es voll geil. Kevin, gefällt es? Geil. Dreh dich mal so ein bisschen so. Ist es so grau? Grau-blond? Es ist grau eigentlich, ja? Hä? Ich finde es nice. Sehr geil. Leute, warte, wie viele Punkte gibt es so von 1 bis 10? Von 1 bis 10. Und im Vergleich zu vorher? Ne 9. Stark? Geil. Ja, also Kevin gefallen die Haare. Kevin, also wenn du mal wieder Video-Ideen brauchst, dann kannst du deine auch nochmal färben. Aber warum nicht grün? Da hätte ich 10 von 10 gegeben. Ja, da gibt es halt ein Problem. Das ist mir aufgefallen mit Greenscreen. Ja, das ist ja das Witzige. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Schaut auch bei Kevin vorbei und bei allen anderen, die heute dabei waren. Und wir sehen uns. Bis dann, haut rein und ciao. Bis dann, haut rein.